Ich habe eine Sehnsucht in mir drin, die mich extrem antreibt. Und diese Sehnsucht spüre ich 24 Stunden und immer. Und diese Sehnsucht spüre ich 24 Stunden und immer. Was für eine graufige Musik wir hier gerade haben dürfen hören. Und wie ihr euch auch schon denken könnt, habe ich diesen grundlos vor dieser Folge platziert. Nein, mit der Person, die diese Musik macht, darf ich heute reden. Mein Name ist Sam D. Kaiser. Ich bin die Gastgeberin des Fadengradgesprächs. Wobei, die bezeichnete Gastgeber trifft heute eher auf meinen Interviewpartner zu, weil ich beim Musiker Enrico Lenzin in seinem Zuhause besuchen darf. Danke vielmals, dass ich hier sein darf und willkommen in unserem Fadengrad-Format. Danke, ich freue mich. Enrico, du kamst vor 52 Jahren in Altstädt auf die Welt. Ich habe recherchiert. Genau. Und trotzdem, Studium in Wien und Lenzern hast du deine Wurzeln im St. Gallerital nicht ausreissen lassen. Wir sitzen nämlich gerade in deinem gemütlichen Zuhause in Repstein. Man kennt dich unter anderem auch als Mann, der mit dem Alphorn steppt. Und trifft dich also manche Veranstaltungen wie Ausstellungseröffnungen am Openair, Lumnezia, an Stadtfester, an Kinderheimfester. Ja, und wenn man deinen Namen in Google eingibt, kann man sich von Beiträgen kaum retten. Aber wenn wir jetzt mal ganz auf den Anfang schalten, schaue meine Recherche, ist ja Musik in deiner Familie schon immer etwas eingeflossen, eingebunden gewesen. Hast du schon immer gewusst, dass du Musiker werden möchtest? Ja, bei mir war es eigentlich schon sehr schnell klar. Also ich würde sagen, ich kann mich erinnern, als ich vielleicht fünf, sechs war, habe ich auch überall herumgetrammelt. Und meine Mutter war gerade vor einem Beitrag da und sie hat mir auch gesagt, ich habe mir immer aus so früher die Wischmittelbüchse gegeben, Omo, das sind so grosse, da hat man einfach Wischmittel drin gehabt. Und die haben mich dann um den Bauch gebunden und ich bin immer so, ich bin in Altstetten aufgewachsen, mitten im Städtchen, und bin immer irgendwo um die Hüse gezogen und habe immer getrammelt. Ja, und da, also das kann mich so gerne noch erinnern. Ich weiss noch, ich habe ganz viel aus irgendwelchen Kartonschachteln habe ich mir selber Schläge zu gebastelt und ich mischte mich einfach und habe gemerkt, da lebt man. Eigentlich war es sehr klar. Ja, okay. Und wie ist es dann dazu gekommen, wie hat sich das weiterentwickelt? Du hast ja dann nicht zuerst aktiv für die Musikerkarriere entschieden, oder? Ja, genau. Es war so, sicher mein Vater hatte ein Geschäft, er war Getränkehändler und das hat mich sicher geprägt. Ich war auch der älteste Sohn, also noch ein Bruder, eine jüngere und eine ältere Schwester. Und es war auch etwas klar, dass ich eigentlich ein Geschäft übernehmen sollte. Und darum ging ich dann auch in diese Richtung. Oder mein Vater hat sich da auch ein wenig so gelenkt. Und ich habe einfach gemeint, ja, jetzt ist es irgendwie so. Und ich habe dann das KV gemacht, ich war in der Weinkellerei Nüsch in Balgach. Aber nochmal zurück zu der Musik, die Musik hat mich immer geprägt. Also ich habe zum Beispiel, mein Vater war in der Guckenmusik, und die Guckenmusik habe ich wirklich auch geliebt. Also mein Vater, als er, er hat einmal das Bein gebracht beim Skifahren und ich war da über 10 Uhr. Und dann war ich ihm sein Ersatz gewesen. Also man muss dir vorstellen, ich weiss, ich habe auch in diesem Restaurant bis am Morgen um 4 Uhr irgendwie als Jörgen Bub immer gespielt. Oh wow, okay. Ja. Aber das war eigentlich eine mega coole Zeit. Die Guckenmusik heisst Lavaria. Ah, das kennen wir. Ja. Und ja, nachher war ich dann in der Stadtmusik und ich habe eigentlich Trompete gespielt. Weil mein Vater war Trompeter, auch in der Militärmusik. Und dann, ja, bin ich auch so in diese Richtung gegangen. Und dann war aber in der Lehre, weil der Wunsch zum Musik machen und Schlagzeug spielen einfach extrem stark war. Und dann mit meinem ersten Geld, das ich verdiente, habe ich mir ein Schlagzeug gekauft. Und das KV hat mir eigentlich gefallen. Aber ich bin eigentlich bei der neuen Schweichellerei mehr als Chauffeur mitgegen zu helfen, als auf dem Büro. Weil, ja, ich habe mich eigentlich dort irgendwie wohl gefühlt. Und ich würde sagen, jede Sekunde habe ich eigentlich Schlagzeug gespielt. Wirklich, ich habe stundenlang geübt. Und das KV habe ich mehr so nebenbei gemacht, dass es irgendwie über die Runde kam. Ja. Und dort habe ich auch die ersten Bands angefangen zu gründen. Und so mit 16, 17, 18, habe ich sehr viel mit diesen Bands herumgetingelt. Also wir haben als Vorgruppe gespielt, von Polohofer, aber auch so von Weltstars. Es gab auch Rockturtle, der war ein Organisator. Die haben wirklich die weltbekanntesten Jazz- und Rock- und Bluesband ins Rindertal geholt. Also von Billy Cobb habe ich mal als Vorgruppe gespielt. Und es ist also recht abgegangen. Mhm. Und ich wollte eigentlich immer und überall spielen. Also wir mussten halt jedes Restaurant sagen, können wir hier spielen und da und da. Und ja, es gab sehr viele Bands, ich denke, mehr als jetzt. Und wir haben uns eigentlich auch immer aufgedrängt, ja. Ja. Also voll proaktiv. Extrem, ja. Mega cool. Mit meinem Bruder und mit meinen Kumpels. Ja. Ja. Heute spielst du ja alleine. Ja, genau. Wieso? Wie hat sich da von der Band so ein Weg entwickelt? Ja, ich habe eigentlich in viele sehr guten Bands gespielt, z.B. das Duschorchester und zusammen mit Goran Kovacevic. Wir haben eigentlich hier schon in ganz Europa gespielt. Wir haben in London gespielt. Der Goran ist ja ursprünglich von Serbien. Ja, wir haben viel im Balkan gespielt. Und es war so ein Balkan-Jazz-Bank. Und ich würde sagen, man hätte sehr viel erreichen können. Also es ist super gelaufen. Aber ich habe gemerkt, man könnte noch einen Sprung weitergehen. Und ich hatte eigentlich schon immer extrem die Sehnsucht gehabt. Und das war manchmal für mich schwierig, oder? Das als Schlagzeuger, weil es müssen alle genau das gleiche Interesse haben. Und wenn jetzt einer sagt, oh nein, ich möchte halt dieses Projekt, ist mir auch noch wichtig. Oder ich will halt jetzt noch an diesem Hochzeig auch noch. Und dann haben wir zum Teil auch Festivals absagen. Und das hat mich immer ein bisschen geschmerzt, oder? Ja. Und dann irgendwann ist dann die Band auseinandergegangen nach zehn Jahren. Und wir haben 500 Konzerte gespielt. Und das war sicher ein bisschen schmerzhaft. Da könnt ihr jetzt sehr viel darüber erzählen. Aber das war eigentlich so ein wichtiger Punkt von mir. Und ich würde sagen, dort habe ich angefangen, so mein ganz allein, meinen Weg zu gehen. Mhm. Und seitdem, ja, ich einfach die ganze Verantwortung bei mir, aber ich kann dafür machen, was ich will. Ja. Ich muss mit niemandem mehr diskutieren. Keine Ahnung, wenn ich morgen irgendwo in Singapur einen Auftritt möchte, dann gehe ich einfach. Mhm. Aber ausschlaggebend, dass ich soweit kann bei denen, ist sicher gewesen, ich bin bei den grössten Schweizer Talent auftreten. Ja. Das war 2016. Und ich habe da eine Anfrage bekommen von SRF. Sie haben irgendwie ein YouTube-Video von mir gesehen, wo ich zum Experimentieren mit 3-Tallen-Becke. Ja. Also sehr schlechte Qualität gewesen. Aber die haben dann gesehen und haben gesagt, ja, ob ich mir vorstelle, dass ich richtig etwas machen kann. Mhm. Und meine Kinder sind da genau etwa 10 Jahre alt gewesen und haben viele die Sendung geschaut. Ja. Und dann haben sie gesagt, Papa, ich glaube, das solltest du machen. Es war sehr ein grosser Schritt für mich, weil, ja, du musst dir vorstellen, ich bekomme immer so aus der Jazz-Kunstszene und da sagt dir jetzt niemand, auch Enrico, du musst in die grössten Schweizer Talente. Also im Gegenteil, da raten alle davon ab. Okay, warum? Ja, es ist natürlich sehr kommerziell und eine ganz andere Szene. Also völlig eine andere Szene, oder? Ich bin dann mit meinen Kindern an dem Casting, also das ist unglaublich, Du musst dir vorstellen, da stehen 200-300 Leute an. Das können dort nur mal vorspielen. Mhm. Und dann, also wie wenn du irgendein Flugzeug einchecken und dann kommst du eine Nummer rüber. Und dann vor dem Meer war irgendein Mädchen ein sechsjähriges Mädchen mit der Querflöte. Und wo die Eltern rausgefühlen haben, die wird jetzt weltberühmt. Und aber irgendeine coole Stimmung. Alle haben so gedacht, jetzt schaffen wir den Sprung, oder? Jetzt passiert etwas. Und dann bin ich dann vorspielen und dann hat es ihnen gefallen. Und wenn es ihnen gefallen hat, hast du gleich mit dem Lift in drei Stück weit rauf. Und dann ist dann dort, also das ist eine Sendung eigentlich von RTL, die die Schweizer Fernseher gekauft haben. Das ist dann von Deutschland so eine Jury. Und dann musste ich für diese nochmal vorspielen. Und meine Kinder haben dann auch immer zugeschaut. Und dann hat es irgendwie ihnen gefallen. Und dann haben sie mich eingeladen in die Sendung. Und dann habe ich, ich bin zuerst mal allein dann überhaupt auf einer so Bühne gestanden. Und dann zwei Tage gefahren, haben sie mich noch angerufen und gesagt, ob ich nicht noch die Kinder auch mitnehmen will. Und ich, es war auch ein bisschen naiv und habe gesagt, ja sicher nehmen wir die Kinder auch noch mit. Und Luna und Tell haben gesagt, ja mal, da kommen wir, oder? Und dann, also da sterbst du, weil du bist so nervös, oder? Du zuerst, das war im Theater 11. Du bist zuerst so in die Luftschusskellerin, kannst du dort ein bisschen aufwärmen. Und da gibt es noch Fotoshootings. Und die Kinder waren immer dabei. Und ich habe das erste Mal da mit der Loop so etwas gemacht. Und in jede Sekunde habe ich genutzt, damit ja alles super funktioniert. Und irgendwann hat es ihnen hochgeholt und dann gesagt, okay, jetzt haben sie da einen Fahrhäng durchgeschleust. Und die Kinder, sie haben einfach gesagt, ich soll die Kinder mitnehmen. Aber dann habe ich gesagt, ja wie soll man jetzt mit den Kindern machen? Und dann haben sie gesagt, ja, sie wissen ja da nicht. Und dann habe ich dann nie mitnehmen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, Launa, Ella, du bist die Kleinst, du laufst zuvorderst, der Salpan da, in der Mitte die Laune. Und dann sind wir dann so rausgelaufen, oder? Und dann sagst du, irgendwie der Schelbert Gress und der Blick und die ganze Jury. Und dann denkst du, ja unglaublich, oder? Und dann stirbst du wirklich. Aber ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war so nervös. Also wie so ein Skirenn-Fahrer, wo ich jetzt weiss, er muss jetzt einfach hier runter. Und ich habe mich eigentlich nicht ablenken lassen. Ich wusste, ich muss jetzt einfach eine Show abliefern. weil das gesehen jetzt alle. Und die Show, es geht in erster Linie um die Show, nicht um dich. Also wenn du jetzt einen schlechten Hindruck hinterlässt, dann kann auch gut sein für die Show, oder? Ja, und dann ist das extrem gut rausgekommen, ja. Ich bin dann, es war so ein mega Befreiungsschlag für mich innerlich, dass man mal so etwas allein auf einer so Bühne und ganz allein so etwas wagen. Und ich weiss, wir haben uns hier ein Hotel gebucht und die Kinder sind ins Bett und meine Frau und ich haben noch ein paar Gin Tonic getrunken. Der Bad und ich war irgendwie extrem glücklich. Ich dachte, das war so geil. Und dann ist die Sendung ausgestrahlt worden und ich würde sagen, in dieser Woche, wo die ausgestrahlt worden ist, habe ich sicher hunderte Anfragen bekommen. Wow. Das war ganz extrem. Wirklich crazy. Und dann habe ich viel angenommen von denen, aber ich hatte da nur ein Stück, oder? Ja. Und dann habe ich immer Ja gesagt. Ich habe mich eigentlich selber überfordert. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du eine halbe Stunde spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, geht das schon irgendwie. Aber auch da, die quasi Überforderung, habe ich mich selber unter Druck gesetzt. Aber ich habe dann extrem weiter gearbeitet. und ja, also eben, ich habe dann auch sehr viele Firmen alleine bekommen. Und dann zumal haben sie irgendwie von Indien auch eine Agentur eingeläutet. Und dann denke ich, ja. Und dann bin ich zumal irgendwie in New Delhi gelandet. Und dann habe ich dort, also das ist die grösste Kunstausstellung von Indien. Die arbeiten zusammen mit Art Basel. Also das ist ja unglaublich. Ja. Das ist extrem. Man weiss eigentlich auch gar nicht, oder? Und dann hat es nur noch Journalisten gehabt. Also ich schwöre, es hat irgendwie 100 Fotografen gehabt. Und das habe ich auch nicht gewusst. Nach mehr ist Cricket so berühmt in Indien wie bei uns Dennis. Ja. Also und das ist das Cricketspiel, ich weiss gerne nicht, ist nach mehr direkt auf die Bühne gekommen. Und der ist so berühmt wie der Roger Federer, oder? Und ihr denkt, ah, wer geht jetzt da ab, oder? Ja. Und so bin ich zumal immer so weltgelandet. Und dann ist irgendwie immer weitergegangen, oder? Ich habe dann so Videoclips zum Beispiel für Formula E-Rennen, für VW Audi, auch die Musik machen. Und dann haben wir zumal die Schweizer Botschaft entdeckt. Also ich habe dann ein Jazzfestival in Guatemala gespielt. Wow. Dann bin ich irgendwo ein Jazzfestival in Mexiko gewesen. Dann habe ich eine ganze Tour gemacht, am 1. August-Tourne. Dort konnte ich meine Tochter mitnehmen. Das war vor vier Jahren. Dort waren wir dann in Kuba, Costa Rica, Panama, El Salvador. Mhm. Und da ist dann immer so weitergegangen. Letztes Jahr war das war sehr schön, in meiner 14-jährigen Tochter drei Wochen einfach so erleben. Ja. Und du hast eigentlich wirklich das schönste Leben. Oder du hast abgeholt mit der Mercedes am Flughafen. Und es ist einfach alles super organisiert. Ja und das ist eigentlich immer so weitergegangen. Letztes Jahr war ich in Kolumbien. Also ich habe dann an der 1. August 4 auf der Botschaft in Bogota und die haben uns auch weitervermittelt in Superfestivals. in Medellin habe ich gespielt. Und in Garta Chena und dann spielst du mal eine Säle von tausend Leuten irgendwie. Und die Lüpfchen völlig aus. Und das ist extrem, oder? Aber ich bin dann oft im Ausland viel mit einem guten Freund von mir zusammen, mit Andy Pupato. Er ist Percusionist. Und auch die Musik, die wir da gehört haben, habe ich mit ihm zusammen produziert. Ja und wir sind sehr viel dann unterwegs gewesen. Oder auch nach Corona sind wir in Mexico City, im Stadttheater in Mexico City. Also da ist der Theater, das Molland ist in dem Theater und die ist wirklich ausverkauft gewesen. Und dann checkst du es irgendwie nicht mehr, was da auch alles sagt. Ja, also so ist das. Eigentlich aus dem heraus ist da alles so passiert, ja. Wahnsinnig. Okay, du hast meine eine Frage schon. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen lange ausgekult. Du kannst ja auch wahnsinnig viel erzählen. Mitstudent von mir hat gefragt, du hast jetzt zwar etwas erwähnt, du hast die Kinder teilweise mitnehmen können, aber so wie du herumkommst, du hast gesagt, du gehst in so viele andere Länder, relativ lange, teilweise auch. Wie lässt sich das vereinbaren, mit dem Familienleben vereinbaren? Ja, also meine Frau, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und sie hat mich schon vorher gekannt und sie weiss, was sie sich hier einlassen hat. Sie weiss, ich bin einfach Musiker und sie kennt mich sehr gut. Und sicher, also wir besprechen immer alles miteinander. Oder wenn ich sage, wie soll man das machen? Aber grundsätzlich hat sie auch eine Freude und sicher bin ich viel fort, aber man muss auch sagen, ich bin noch wieder viel da. Oder ich bin manchmal einfach wieder einen Monat da und dann bin ich einfach zwei Wochen da. Ich bin viel im Üben, aber ich bin am Mittag und am Abend da. Oder auch, wo die Kinder noch viel kleiner waren. Also ich war wahrscheinlich einer der einzigen Männer, der die Kinder einmal in Kinderhaar gebracht hat oder geholt und abgeholt hat. Also du hast gesagt, ich bin viel vor gewesen, aber ich war auch sehr viel auch da. Also beides. Okay. Schön. Bei diesen ganzen Erfolgen, wenn du jetzt hier erzählst, es sind wahnsinnig, die Leute jubeln dazu in ganz fremden Ländern, in denen man sich kaum vorstellen kann. Wie schaffst du es, auf dem Boden zu bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Wichtigste ist immer die Musik und die Freude an der Musik. Und nachher, also, ich habe eigentlich ehrlich gesagt dort nicht so Probleme, weil ich komme ja wieder dann nach Hause. Also was mir sicher hilft, ist der Alltag. Ja. Oder dann, dann komme ich nach Hause, koche, Maschinen aufräumen, Staub saugen und während Corona habe ich ja alle das ganze Haushalt geschmissen oder halt WC geputzt und alles. Und da hilft mir sicher, einfach zu sagen, jetzt ist auch ein wichtiger Teil und auch ein schöner Teil und ich bin genau gleich glücklich, ob jetzt da die Maschine aufräumen oder ob jetzt irgendwie jetzt mit sich hofft und ich bin. Ja. Also sicher, da habe ich mich dann auch ein bisschen gelernt, weil es ist wirklich, ja, dass man nicht gerade glücklich ist, man darf das Glück nicht gerade abhängig machen vom Erfolg, weil ich glaube, es kann ja noch sehr viel passieren in meinem Leben und dann hast du wirklich Probleme. Also du sagst schon viele von so Stasen und das ist ein sehr grosses Problem, dass immer extrem dem Erfolg nach springen und das Glück von dem abhängig macht. Und ich bin eigentlich, habe ihm viel nachgestudiert und ich glaube, das kann mir nicht passieren. Weil ich habe jetzt eigentlich, ich habe sehr lange gelebt mit sehr wenig Geld und mit sehr wenig Auftritt ist ja nicht immer so gelaufen. Manchmal übst und übst und übst und passiert einfach nichts. Nix. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich habe gelernt, zum Glücklich zu sein mit sehr wenig Geld und ohne Erfolg. Ja. Und darum bin ich auf der sicheren Seite. Okay. Sehr cool. Das ist beruhigend. Ja. Du hast gesagt, ich habe dort bei der Schweizer Talent Show, da bist du, ich zitiere dich, fast gestorben von der Nervöse. Ja. Wie steht es heute? Wie steht es mit Lampenfieber? Es sieht so groovy, easy aus wie dir. Ja. Ja. Also jetzt hat es extrem verbessert. Mhm. Aber am Anfang habe ich mich wirklich immer gefragt, warum tue ich mich da an. Also schon bevor ich bei der Schweizer Talent war, habe ich angefangen so Solokonzerte zu geben. Ich weiss, das erste Solokonzerte war 2007. Beim Atelier Cuspi, er ist ein Künstler, hier aus dem Rindtal. Und da ist meine Frau und ich und Della ist da gerade auf die Welt gekommen. Es war im Maxi-Kose. Da haben wir vor dem Konzert Pizza essen. Und ich dachte mir, warum mache ich das? Und ich weiss es auch nicht genau, warum. Ich musste es einfach irgendwie machen. Es war wirklich wie eine Selbsttherapie. Und es hat mir irgendwie zu allen deinen Ängsten und Zweifeln, die du hast, ob du genug gut oder die anderen Leute befreien konnten. Schön. Ja, so würde ich sagen. Und jetzt mit der Zeit ist dir immer besser gelungen. Es spielen viele Faktoren mit. Du bist zum Beispiel sehr abhängig von der Technik, der Luper und alles, was das tun muss. Und mit der Zeit habe ich sehr Vertrauen in das, in alle die Geräte. Und nachher denke ich schon, was denke ich, die Leute und so. Und ich weiss mit der Zeit, welches Stück das gut ankommt und was nicht. Einfach so eine Erfahrung. Ich weiss, jetzt habe ich eigentlich voller Freude auf die Bühne und denke, ja, mega, jetzt rocken wir das, oder? Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Mein Name ist Sam D. Kaiser. Ich sitze heute beim Musiker Enrico Lenzin zuhause, in Räbsten, in seinem Ess-Wohn-Bereich, würde ich mal behaupten. Er ist auch hübsch eingerichtet, also fühlt man sich sofort wohl. Und die, die ganz aufmerksam sind, hören vermutlich, dass da hinten draussen noch eine Baustelle ist. Lassen Sie euch davon ablenken, weil die Geschichten, die mir Enrico erzählen kann, sind super, super spannend. Und darum würden wir gleich weiterfahren, nachdem du es uns erzählt hast, wo du überall warst und wie du zum Auftritt kommst, wie es mit dem Familienleben funktioniert, etc. Würde mich noch interessieren, wie es überhaupt ... Nein, mal anders fragt. Warum Alphorn? Eine ganz primitive Frage. Ja genau, das ist eine gute Idee. Also es war hier beim Duschorchester, es ging auseinander. Und dann haben wir angefangen, etwas neu zu orientieren. Und ich würde sagen, ich habe sicher 20 Jahre extrem intensiv Schlagzeug gespielt und viel geübt. Und ich habe auch Solokonzerte gegeben und ich merkte, mit Schlagzeug allein ist es einfach etwas schwierig. Ja. Weil auch wenn es noch so spannend gestaltet ist, wenn du jemandem sagst, heute Abend gehen wir an ein Schlagzeugkonzert, dann ist die Begeisterung jetzt nicht extrem gross. Mhm. Und ich war einfach voll neugierig. Ich habe da mit Karin Streuli, sie ist auch eine Jodlerin, eine Jazzsängerin von Appenzell, zusammen mit meinem Bruder in Bier in der Band gespielt. Und ich habe einfach gefühlt, wir brauchen noch Alphorn dazu. Mhm. Und ich habe den niemanden gefunden. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich doch das selber. Und ehrlich gesagt, manchmal packt mir so etwas. Und dann hat mich das total gepackt. Und dann habe ich gegoogelt und drei Tage später habe ich dann einiges Jahr Alphorn gekauft, irgendwo in Zürich, auf der Autobahn Raststätte in Mürerlos. Okay. Da haben wir den Tausch gemacht. Und zufällig ist es noch ein super Alphorn, irgendwie von 1956. habe ich für 1'000 Franken gekauft. Und dann habe ich einfach gemerkt, weil ich ja als Kind Trompeter gespielt habe, habe ich gemerkt, das liegt mir. Und dann habe ich da noch so Termini, sie ist mittlerweile pensioniert und sie spielt immer so eine Alphorngruppe. Und dann haben wir uns getroffen und dort ist auch noch ein anderer Alphornspieler dabei gewesen. Der hat da als Trompeter im Stadtochester gespielt in St. Gallen. Und dann hat sie mir gesagt, Rico, du machst alles richtig. Einfach jetzt so weiter üben. Okay. Und dann habe ich einfach weitergeübt und geübt. Und sicher, was ich auch gemerkt habe, als Alphornspieler, du hättest dann so schnell mal in irgendeiner Gartenparty spielen wir Samstag Nachmittag und hättest 300 Franken verdienen können. Das hat mich zusätzlich auch motiviert. Aber ich habe einfach gemerkt, den liebt mir und ich habe mega Freude. Und ja, das auch. Gibt es ein Genre, wo du sagen würdest, dort passest du rein? Ja, also es ist meine Frage, wo passe ich nicht rein? Nein. Also ich würde sagen, ich bin sehr ein offener Mensch und sehr flexibel. Ja. Und grundsätzlich kann ich die Menschen sehr gerne. Oder? Ich bin auch viel, obwohl, ich sage das jetzt einfach mal, wir leben in einer sehr offenen Gesellschaft. Und manchmal scheint es nur so. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht so offen. Es gibt so eine Kunstszene und es gibt Volksmusikszene und dann gibt es Jazz-Szenen oder Klassik-Szenen. Und oder ganz eine freie Szene. Und ich habe schon in ganz vielen Szenen mitgewirkt. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo ich mich wöle finde oder weniger wohl. Und mir gefällt irgendwie alles. Also ich habe auch schon am Jodlerfest in Gossau gespielt. Aber ich habe auch schon im Kunstmuseum in St. Gallen gespielt. Und mir gefällt irgendwie alles. Also ich habe mir gesagt, als ich mit dem angefangen habe, solange dass ich mich selber sein und mich wohl fühle, dann mache ich das. Aber ich habe das Gefühl, es passt an sehr vielen Orten. und ich mache dann je nachdem etwas abändern. Wenn ich jetzt im Open Air Lumnezia spiele, dann kannst du einfach Vollgas geben. Und wenn eben an einem Vernissage spielst, spielst du vielleicht etwas im Hintergrund. Aber ich mache eigentlich immer dasselbe, das einfach ein bisschen anpassen. Ja, okay. Verfolgst du ein Ziel mit deiner Musik? Das ist eine gute Frage. Also ich habe so eine Sehnsucht in mir, die mich extrem antreibt. Mhm. Und diese Sehnsucht spüre ich, ich will sagen, 24 Stunden und immer. Manchmal ist sie etwas weniger und manchmal ist sie etwas mehr. Aber die Sehnsucht heisst einfach, also Freude. Ja, der grösste Teil ist Freude und ich liebe einfach die Musik. Momentan wäre ich im Oman. Ich hätte in Muscat dort im Opernhaus spielen können. Die Schweizer Botschaft hat 50 Jahre Jubiläum. Und jetzt, wegen dieser ganzen Situation wurde er abgesagt. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich drei Wochen frei. Und seit zwei Wochen bin ich eigentlich wirklich fünf, sechs, sieben Stunden im Proberaum und bin einfach ein Müben. Mhm. Ja. Aber ein Ziel, ich habe schon viel erreicht und jetzt mittlerweile kann ich auch ganz leben von der Musik. Und ich merke auch, dass noch sehr viel möglich ist. Es ist sehr viel möglich, ja. Und da treibt mich einfach irgendwie weiter. Wie entwickelst du deinen Stil? Ich nehme an, du bist ... Also ich erlebe jetzt als Person, der vermutlich so etwas laufend weiterentwickelt, oder? Was inspiriert dich? Wie erholst du dir deine Ideen? Ja, das ist noch eine gute Frage. Also einen grossen Teil übe ich einfach, oder? Also ich würde sagen, Schlagzeug übe ich nicht mehr so viel, weil da habe ich eine sehr gute Technik und viel Erfahrung. Dann übe ich einfach noch sehr viel Alphorn. Dann möchte ich mich noch verbessern. Und dann, ich arbeite mit diesen Loops zusammen und noch so elektronische Sounds. Aber als ich die Idee habe, weiss es auch nicht, alles kann mich inspirieren. oder jetzt diesen Gespräch heute, oder den Knattern hier im Hintergrund. Oder auch zum Beispiel jetzt meine Kinder, oder sie kommen jetzt auch mit Musik daher, und dann denken auch, weisst du, dann bin ich ihm neue Songs am machen, und dann sagen sie, was soll ich, und dann schickt sie mir auf Spotify ihre Liste, und dann bin ich das zu hören. Also ... Ist so ein Cover von «Shape of You» entstanden? Ja, es hat ... Matt Sheeran. Ja, genau. Nein, das ist so entstanden. Das ist während Corona, habe ich von RTS, also vom Schweizer Fernseher von Ausserwissschweiz, die haben mir angeläutet und dann gesagt, sie möchten einen Videoclip machen mit verschiedenen Künstlern, mit Schweizer Instrument, aber es muss ein Hit sein. Ah, okay, ja. Und dann wollten sie von der Billie Eilish einen Song nur mit Talen schwingen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist lustig, ich habe viele, aber der geht einfach nicht. Ja. Und dann habe ich geübt und geübt, wirklich zwei, drei Monate, weil beim Alpan kann man auch nicht alle Töne spielen, und dann habe ich gemerkt, dass «Shape of You» geht. Mhm. Und dann habe ich das, das ist eigentlich so mein Corona-Werk. Ach so, okay. Ja, so ist es eigentlich entstanden. Ich finde das megacool. Ja, das ist mir extrem gut gelungen. Ja, das ist mir extrem gut gelungen. Ja, ja. Was hast du eigentlich privat für Musik hören? In der letzten Zeit musste ich ehrlich gesagt gerne viel Musik hören, weil ich den ganzen Tag irgendwie so Musik mache und so viel höre. Aber, eben, ich habe eigentlich mit Guckermusik angefangen, Lavaria, dann Stadtmusik, dann habe ich mich, dann habe ich mich so in Funkbands gespielt. Mhm. Und dann in Bluesband und dann Jazz. Also ich habe sehr lange Jazz gelassen. Sehr intensiv. Das ist etwas, ja, jetzt komme ich eigentlich wieder ein bisschen mehr auf den Jazz zurück, weil es, wenn du Jazz hörst, ist es so etwas sehr befreiendes in deinem Kopf. Okay. Weil sicher viel wirkt nervös, aber es befreit irgendwie sehr. Mhm. Aber ich lasse, ich lasse alles. Ich lasse auch gerne Big-Band-Sound. Sicher mit dem Alpon lasse ich auch sehr gerne sehr traditionelle Musik. Ja, Querdor würde ich sehr gerne. Okay. Ja. Was mich persönlich interessiert, du warst in so vielen verschiedenen Ländern, so viel Verschiedenes gesehen und trotzdem halten dich die Wurzeln hier im Rheintal. Ja. Warum? Warum? Ja. Hast du nie gedacht, da würde ich am liebsten auswanderern? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Also, für mich ist es, sicher, als ich meine Frau kennengelernt habe, vor 20 Jahren, sie hat hier in der Fabrik, in der wir wohnen, auch nicht, aber es ist eine alte Stickerei, und jetzt ist es eine Loft und es ist ein mega schöner Raum für mich. und dann habe ich gedacht, da bleibe ich. Da habe ich sofort gewusst, da möchte ich bleiben. Okay. Und sicher noch, jetzt sind Kinder hier aufgewachsen, ich konnte mit 23 Jahren in Wien bleiben, aber es ist gut gewesen für mich, das Rheintal zu Rock haben. Weil, als junger Musiker, du bist halt sehr verletzlich und du vergleichst dich mit anderen Menschen und dann hast du immer das Gefühl, auch die anderen sind besser. und du kannst, für mich wäre das zu früh gewesen. Mit 25 Jahren, in Zürich oder in Wien oder so, ich hatte das Gefühl, nein, ich kann da in dieser Welt nicht bestehen, weil jeder ist ja der kühlste. Ja, obwohl das nicht so war, aber du hattest das Gefühl, und alle anderen sind besser. Und dann konnte ich einfach weiter üben und üben und ich musste mich nicht mit anderen vergleichen und dann hat mich eigentlich etwas gerettet. Aber mittlerweile habe ich mich befreit von allen diesen Sachen. Da habe ich auch schon gedacht, jetzt könnte ich auch mal gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, einmal ein Jahr, irgendwie oder ein halbes Jahr zum Beispiel in einer Stadt oder in einer Grossstadt wohnen. Ja, da würde ich eigentlich gerne und da passiert vielleicht irgendwann. Okay. Ja. Also würdest du sagen, dass Reital eine Art etwas behütet? Ja, genau. Total. Die fühlen mich auch sehr wohl da. Es ist wirklich meine Heimat und ich habe meine Freunde da. Ja, ich komme immer gerne wieder da hin. Schön. Deine Kinder, die ja deine Laufbahn voll hautnah miterlebt haben. Ja. Studieren sie auch, um in die Musikbranche einzusteigen? Also die Luna, sie macht nächstes Jahr Matura. Ich glaube sie nicht. Und Ella, sie ist 16, sie macht den Vorkurs an der Schule für Gestaltung. Ich würde sagen, sie ist sehr musisch talentiert, aber sie macht jetzt nach diesem Jahr eine Ausbildung als FG, eine Dreijährige. Und dann schauen wir, was noch passiert. ja. Ja. Das ist eine blöde Frage. Ja. Was sollen die beiden Säulen? Die Säulen? Ja. Genau. die Säulen? Ja. Dann fliegen die Leute einfach ab. Das ist auch lustig. Ja. Und sie haben wirklich einen coolen Klang. Und so habe ich angefangen, alle diese Sachen einzubauen. Okay, cool. Ich denke, das hat jetzt meine Neugier gestaltet. Ja. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du etwas, was du erst verraten möchtest, was deine nächsten Punkte sind, wo man dich erleben kann? Äh, also jetzt nicht so direkt, aber ich wäre ja jetzt eigentlich im Umhahn. Und ich freue mich jetzt mega. Ich fliege mal nach New York. Uh. Und aber mehr so als Inspiration. Weil in New York sind einfach die besten Musiker der Welt. Und ich gehe jeden Tag an ein anderes Konzert. Und ich lasse mich voll inspirieren. Und ich treffe ihn noch mit einem Step Dancer und Body Percussion Typ. Den habe ich einmal kennengelernt. Und der arbeitet unter anderem auch im Broadway, so in den Musicals. Und ich gehe noch zu dem in den Unterricht. Und ich lasse mich einfach jetzt zehn Tage voll in New York hin. Und dann, ja. Okay. Das ist jetzt einmal so mein nächster Schritt. Und nächstes Jahr, weiss ich noch nicht, es sind ein paar Sachen am Laufen, aber ich habe jetzt noch nicht zu viel beraten. Ich habe ein ganz gutes Gefühl und ich freue mich. Okay. das glaube ich dir sehr gerne. Ich freue mich, um mich dann irgendwo wieder zufällig zu sehen. Ja. Gibt es etwas, was du jetzt noch loswerden willst, was wir noch nicht besprochen haben? Ich freue mich einfach, dass ich so weitermachen kann. und ja, ich habe meinen Weg jetzt einfach so gemacht. Und so in den letzten Jahren ist immer auch viel mehr gelungen. Aber es ist auch nicht immer so gewesen, oder? Ich meine, ich habe auch eigentlich aus dem Nichts heraus aufgebaut. und dann ist auch viel überhaupt nicht gut gelaufen und mit wenig Geld gelebt. Aber das war auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin nie der Weg eigentlich von der Sicherheit gegangen, sondern ich habe einfach immer gewusst. Und auch jeder Widerstand und jede Zweifel, wo ich begegnet bin, bin ich nachher auch wieder irgendwie befreit worden. Mhm. Und ich glaube, wie die Sicherheit, wo sich viele Menschen suchen, hier Geld, oder im Aussen das Ausgesehenchen, oder da gibt es ja tausend Sachen, habe ich mittlerweile wie im Inneren gefunden. Also das Glück. Ja. Hängt nicht jetzt unbedingt ab, eben vom Erfolg oder vom Geld, sondern einfach indem, dass du deinen Weg machst und deiner Bestimmung irgendwie erfolgt. Ja. Hey, megaschönes Schlusswort finde ich. Ich sage das zwar jedes Mal, es ist megas, aber meine Interviewgäste schaffen es immer, zum megaschöne Schlusswerte finden. Ja, danke. Hey, danke dir, Enrico, viel, viel Mal für das bereichernde Gespräch, für deine Offenheit. Und ja, es war sehr inspirierend, jetzt auch für mich. Danke. Man spürt, dass dir da so viel Freude macht und umso mehr Freude macht es auch mir. Ja, danke auch euch, meine Zuhörenden für das Einschalten der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann wisst ihr ja eigentlich genau, was ihr machen solltet. Und zwar, den Podcast abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Die Folge teilen und unser Profil auf Instagram anschauen, atfadergrad-podcast, weil dort bespielen wir euch auch immer wieder passende Videos und Bilder zu den Themenwochen. Ihr könnt gerne liken, kommentieren und natürlich werde ich die Webseite und das eine oder andere Video von Enrico auch noch unten verlinken, damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Ja, danke vielmals, Sam. Bist du auch zu mir, zu uns auf Epstein gekommen. Merci vielmals, hat mich gefreut. Miau. Tschüss miteinander. Tschüss. Vater Graz